Nein, ich hab noch Kars. Ich frag doch immer nur. Das ist das halte Spiel für dich. Kars erst schießen, dann Fragen stellen. Wie bei WoW. Nee, das ist echt riesenfalls. Du kannst so spielen nicht spielen. Du willst immer nur schießen. Du musst ballern und scheppern. Ansonsten ist das kacke. Ich lass mich in Ruhe, sonst zieh ich gottes Schild so. Das sag ich doch gar nicht, Sascha. Der Typ macht mich einfach nur nervös. Ja, der versiert doch als einen Anno, oder Flo? Ja, der versiert niemanden an mir. Er ist gleich im Kreis und weiß gar nicht warum. Ich würd sagen, wenn er nur einen tut, ist er tot, oder? Mhm. Jetzt rausschießen. Aus dem Hubschauerpell. Aha, Kars ist das. Habt ihr einen? Nee, der ist nicht warm. Lass den in Ruhe. Er ist noch ein bisschen merkwürdig. Da muss ich mal gucken, was die, wie so schwer bewaffnete Leute haben. LK 36. M4, M4, M4. Witz, was? Jawohl, am Arsch. Ich hab's nicht gefühlt, nicht gefühlt. Ich hab's nie geschickt. Ich hab's nicht gefühlt, aber ich hab's nicht gefühlt. Ich hab's nicht gefühlt, pentru aña. Aber es ist nicht gefühlt, wem es nämlich reingetrieben. 3m4 1 gegeben ja geil wo bist du nimm rucksack geht ran jetzt gibt es nur noch eine drin ja klar ich nehm nur eins raus danke nein nein kannst du ruhig zwei nehmen ne ne Leute das ist nicht safe ne ne der hinter am Hubschrauber ist nicht safe nur an der Seite das ist auf jeden Fall safe ach der kommt schon bitter der Idiot wo ist denn der? ah da ok auf jeden Fall unser Hauptgruppe leicht beschädigt ne echt? ja ok gut ich habe ja ich auch aber wir brauchen main warfare ja ok ähm das scharf ja ich habe noch einen kleinen Zeugner ähm Assault Tech nehmen wir auch mal eine kurze Monition raus nachdem er hier drin ist naja Ruhe das ist 12er ok mein 12er geht noch ja ja ok ich wollte nicht riskieren dass wieder alles weg ist Karsten ich bin hier ich bin hier also Karsten und 8er Karsten kommst du mal mit prob ich prob ich Flo ist ne scheiße Idee ich sterbe doch immer du sollst dich bewegen hab ich gesagt ja folg einfach mir komm nicht so schnell danach möchte ich dass wir bitte an den See fliegen ich möchte meine Wasserflasche mal auffüllen brauchst du Urlaub? ja ähm wir können auch gleich ähm da können wir nämlich dann ein paar Fliegerjagen wenn Dings-Tier da ist wenn Dings-Tier da ist hier wenn Dings-Tier da ist ähm können wir auch noch ein paar Crash-Sites klar machen gehen ja ja auf jeden Fall und naja in dieses krasse Lager wo vorhin diese ganzen Zombies und übelst viele Waffen lagen dann im Flug in der Nähe von der anderen Waffe ja ja wo willst du denn hin? zur Feuerwache ach das sind zu viele hier hör auf komm bewegt dich ey lauf Forrest lauf Schnauze lauf zu heulen ey heul nicht komm go 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 weißt du was nervt? da hinten jetzt haben die mann 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 du warst so ein Schuss hier na ich sterb doch immer mann du sollst wenn du läufst beschleppst du dich also ganz ruhig bleiben so wieder da webe 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 Dennis wir haben vor ein paar Crash-Sites jagen zu gehen aber erst wollen wir an See was heißt das Crash-Sites ähm das sind so Hubschrauber-Crash-Sites die sind überall auf der Karte fand ich aber Teil ach so du meinst so die Hubschrauber-Wracks plündern im Endeffekt ja richtig ja hast du Kippen bekommen? ja und auch dabei noch ein paar Balsen Schokini hab ich mir gegönnt du scheiß Raucher alter Schokini? ja die sind lecker ich hab mir gedacht gönn dir mal ich hab heute ein bisschen Süßigkeiten mitgemacht so Kinderklar natürlich da steh ich ja drauf ja ist auch ultra nice so also ich bin jetzt am Heli ja ja ich hol Carsten nur noch ein Backpack hier das ist nämlich um hier komm einfach mal rein hier wir machen kurz hier ähm Camping ok mach da wo seid ihr denn gerade genau? ähm im Hotel im Hotel ne im Hotel seid ihr nicht komm mal kurz hier hin damit die Zombies ein bisschen abhauen ja gib mir mal Feuerschutz ich will die Zombies looten die ich jedem erschossen hab ah der Philipp ist ja auch noch da ich ja er ist noch am schneiden das Video so da oder was weiß ich noch ja ich bin drin aber ich ähm ja bin bei 70% von so machst du alle los von den ersten 30 Minuten ok ok müssen wir mal rein rein komm 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 aber ich werde den Scheiß jetzt nicht hochladen ansonsten kackt mal eine Internetverbindung ab ja ultra mach das lieber ja super ich häng ihn auf dem Boden ich wusste weg hier los zwei Dosen Cola bleib hier bleib hier entspann dich man wenn die Hilfe brauchst sag Bescheid ne ach so der Typ sitzt oben übrigens auf dem Dach und äh macht da oben auch Scharfschütze ne ja 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 wenn der einen Schuss macht war's das boah aus welchem Dach ja mach's mal G mach mal G mach mal G mach mal G ja und dann gehst du ganz runter bis zu deinem Backpack das heißt äh Patrol Pack dann drückst du Drop machst du Drop jetzt hab ich's weg gemacht gut komm her jetzt gehst du mit dem Zielcursor auf das britische Soul Pack und du sagst Take du sagst soll ich ja mal abschießen nee lass das warte 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 ich kann nicht ich muss ein bisschen weg laufen warte 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 Sekunde ich muss mal weg laufen Phantom Head der hat uns doch eben hierhin gefahren Ravi macht das brauchst nicht ja ich weiß hat jemand was von euch zu trinken ich hab nichts mehr zu trinken versuch's nochmal Kasten dem Hubschrauber ist so viel bei uns ja alles volles Fressen und Trinken ganz hier wie ein Wahnsinniger ja aber ich hab wie kann ich denn hier den Hubschrauber hinten an geh mal an den Heckrotor geh mal hier rein ja ich hab's britische Soul Pack und irgendwann kommt die Zeichnung ja ok dann kannst du hier rausnehmen alles klar hab ich eben schon gesucht ah nice ok ist nix mehr drin da kannst du liegen lassen ok jetzt hast du ein schönes etwas größeres Backpack verstehst du also ah ok größer Turnister also jetzt kommen wir zurück zum Hubschrauber und dann können wir abholen jo ich muss mir nur mal ganz kurz was zu bringen holen oh nee ich bin infiziert 2 Minuten AFK ja im Hubschrauber ist Zeug ja mach mal gleich ich hab Antibiotika gelootet ist kein Problem ja Hubschrauber ist auch eh also 2 Minuten AFK ich will mir was zu bringen holen jo jo ja äh wie Blattbecks haben wir eigentlich gefunden ich glaub äh was war irgendwie 6 Stück gesagt oder so irgendwas für 6 Stück gefaselt irgendwas für 6 Stück gefaselt ich weiß nur mehr irgendwie sowas hätte er gesagt 6 oder 7 Stück hat er gesagt ja 6 oder 7 ja 6 oder 7 ich weiß nur dass ich auch mal dann Munition für das M4 irgendwann bräuchte wir machen jetzt fliegen jetzt ein bisschen rum und gucken nach ein paar Crash-Size vielleicht haben wir noch mal eine wo in so eine Munitionskiste ist dass wir da ein bisschen Munition abgreifen können ja und irgendwie eine Handfeuerwaffe wär auch mal ganz nice ja das kann ich halt nicht verbrechen soll nicht ein paar von uns auch schon das Auto reparieren mit den 2 Reifen ja wenn du 2 Reifen findest Peter schieß hier nicht sonst schieß ich auf dich man was? ne der hat nicht auf mich geschossen aber ich hab den Zombie abgeknallt hier achso du warst das ich dachte das wär der Typ auf dem Dach gewesen nein alter wo äh paranoid haben wir hier ja ich hab nen losen Abzugfinger oh 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 ja du hast doch ne verdammt empfindliche Maus ich bin nervös bei Daisy alter ich schwöre wenn ich selber in so einer Zombie Apokalypse wär ja da würd ich glaub ich meine Freunde alle erschießen wenn wir weggekommen aus dem Leben ja ich hab dich doch heut schon erschossen alter ja stimmt du hast mich ja heut schon mal ermordet ja ich hab davor irgendwo mal geträumt von ner Zombie Apokalypse da hab ich auch alles im Lieder gemäht ja das sind doch auch der Typ der das geschrieben hat der hat einfach nur seine Kindheitsgedanken damit manifestiert wie oft hat jeder früher oder was heißt früher so irgendwann mal drüber nachgedacht wie es so ist wenn ne Zombie Apokalypse stattfindet jeder hat das also ganz ehrlich ich würd diesen Hambi da nicht reparieren wollen da oben da steht da noch der Ural ähm können wir den benutzen ne also ähm abgesehen davon äh der ist vollgetankt der ist repariert äh können wir den benutzen dann fahren wir den ja ok wenn ihr ein bisschen länger mit uns spielen wollt wir spielen eigentlich jeden Abend wir haben sowas gemacht da gestern irgendwie ja morgen denk ich will da auch zocken morgen ist mein Bruder wahrscheinlich auch noch zu gehen ja definitiv hab ich nämlich gestern auch gesagt da soll ich das Spiel holen oh dann werden wir hier voll die Monster Armee ähm lass mal wie gesagt wir haben noch einen Kollegen der hat das momentan zu tun der im Umzug der wird auch noch mit dazu gestoßen ja krass ja heute können wir ein bisschen zusammen dann machen wir uns nämlich ein Camp auch oder so ja wieder da ja aber dann darfst du das nicht filmen du darfst das nicht filmen denn ähm ne wo das Camp ist ja ja eben ist ja stimmt ne ne alles klar ja gut dann mach alle rein in den Nobel ja der Flieger zuerst oder ja der Flieger zuerst oder wie viel da passen wir überhaupt alle rein ne ja ja nice hat da einer noch zufällig G17 Munition ja das finden wir das was für Haus zufällig Munition ja ja G17 G17 warte ich guck mal kurz nach da kann ich jetzt nicht mehr ne also doch das geht über M und dann äh aber ist egal machen wir später äh Flo bitte erst ja ja für den ersten See anzusehen ja 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 wenn ich mehr raus finden ich kann es nicht versprechen ich kann es nicht versprechen wie viele Leute passen in den Wunschraubereien ich glaube das ist das Maximum der Fays haben 6 Leute glaube ich ja aber neben mir ist doch noch Platz 3 ja dann sind es 6 Leute also neben mir ist auf jeden Fall noch Platz 2 auf beiden Seiten ist noch ein Platz 2 bei mir ich sitze auf der linken Seite ja und auf der rechten Seite ist auch noch ein Platz 2 oder nicht ja ja rechts ist äh Platz 2 ja ja und auf der linken Seite auch ja ja stimmt links neben mir ist noch ein Platz 2 ich weiß nicht wie viele Leute neben mir sitzen ob neben mir noch einer sitzen könnte ja also so wie ich von außen sehe schon so ein Trupp wir bräuchten so einen Truppentransporter dann gehen auf einmal hinten die Türen auf da kommen da auf einmal 6 Leute raus ja doch weißt nicht mehr die wir erstellt haben mit meinem Video wo ich 500 von diesen ne wie viele passen auf einer Multiplayer Map ach du weißt diese Dinger ja die sind auch nice aber die würden es hier nicht geben dann boah die haben meinen Prozessor echt so zum abkacken gebracht die Dinger echt? ja hast du es nicht gesehen? achso der war am abkacken ja ja ich verstehe dich schlecht der Heli ist so laut weißt du trotz Kopfhörer verstehe ich nicht so gut innen an Sicht enter drücken also das richtige enter ja hab ich auch innen an Sicht beste beste wo gibt beste wo gibt ich will ja auch die Landschaft ein bisschen sehen ja die kannst du auch von außen sehen ja aber so hat man nicht das Feeling wenn man schon so ein Spiel spielt muss man das auch richtig machen ja wenn du das sagst ich bin dafür wir holen uns den Ural ähm machen wir uns so ein kleines Camp auf und dann ne? passt schon wir müssen irgendwo im Wald fahren und stecken ja ja also ich würde ja fast vorschlagen dass wir den Berg westlich von Sosnovka nehmen ne ne da gibt es bessere da gibt es echt bessere das ist zu bekannt das ist zu bekannt das ist zu bekannt die Außenreinregion der Karten das sind die besten Verstecke nicht diese Innensachen oder irgendwo im Berg oder wo äh ich hab schon Field Daisy gespielt also das glaub mal also ähm da wird man so schnell gefunden ja auf jeden Fall dicht tief im Wald dass keiner die Fahrzeuge da sieht wo sind wir denn jetzt überhaupt? so bei Robofo da ist ein großer See ich lande gerade in einem Vogel so ach cool ich bin auf der Map am gucken zu gehen ha wo noch mal dem Ding? andere Seite ja du das ist hier so ein bisschen abschüssig du musst aufpassen deswegen ich muss hier ein bisschen vorfliegen auf der Straße ist gut ich muss noch ein bisschen vorfliegen der glitscht hier ja wir landen jawoll geile Sache sehr schön ja so muss das sein so muss das sein und wo gehen wir jetzt hin? äh Sascha möchte seine Wasserpuller erfüllen achja ne Wasserflasche hat der fett Wasserflasche ich hab auch noch eine deswegen jawoll cooole Sache ach seid ihr deshalb hier gelandet? ja ich hab's grad gesehen äh ja ne das ist ja ok ich dachte nur äh ich äh wir geh jetzt irgendwo hin oh jetzt sitz ich ja am ich will nicht am Gunnery sitzen ich würd lieber die Aussicht genießen ja ich kann's aber am Gunnery auch sitzen ja aber ist so cool da wie wir wieder auf der anderen Seite sitzen falls sitz ich doch am Gunnery egal haha ich bin Co-Pilot Junge fahr' dich kann ich leider nicht abschießen mich? sehr wenigstens ist noch was Munition drin in einem erb, neben der MGs sieht man das irgendwo? jaa 70 ok 70 alles klar im standerrad Terrain leer geschlafen äh ja ich mach auf dem Hebr keine Leerschüssel die ist gar nicht Jungs, ein feiner Abend, muss ich sagen, ein feiner Abend. Oh, du knöpperst, ey, da träg ich jetzt mal dran rum von jetzt. Wir sitzen vorne auf dem Beifahrersitz. Ich. Herr Philipp. Ach, Philipp. Sieht geil aus von hinten. Du hast den Kopf so nach unten, als würdest du pennen. Was denn? Den Kopf hast du so nach unten, als würdest du pennen. Ich guck die ganze Zeit nach hinten. Ich guck euch die ganze Zeit hinten an. Das Coole ist bei den MG ist, die drehen sich so, ohne dass die Menschen sich bewegen. Ja, ja. Das ist so scheiße, oder was? Aber wenn ich so nach unten gucke, sehe ich so meine Hände. Ja, das Ding ist, dass die Schulterstütze dir natürlich dein Hals durchschwenkt. Ach, krass, ich hab ja ein GPS. Ja, ja, wenn du im Hubschrauber bist, wenn du in Militärfahrzeugen bist. Wann hab ich das denn? Ah, nee. Hä? Hat nur der Pilot, hat nur der Pilot. Der Typ ist immer noch hinter uns, ne? Hier, der antoben irgendwie oder was. Verfolgt ja uns, ja krass. Ja, verfolgt ja uns. Da sind wir ja, hier sehe ich auch die Map. Also uns. Garth, du solltest lieber CS spielen, glaube ich. Quatsch. Da kannst du alles abknallen, was vor, vorkommt. Ich will ihn doch gar nicht abknallen. Kommt denn der Joe wieder an, ey, Mann. Hier rechts ist ne, ist ne, äh, Stelle. Hab ich eben gesehen, Flo. So, der rechten Seite. Nee, der rechts. Andere rechts, genau. Da. Ich glaube, hier war mal vorhin schworen, kann das sein? Weiß ich nicht, aber war ja eh Restart, also. Ja, ja, stimmt, ist recht, ja. Jetzt habe ich einmal gutes Equipment, jetzt will ich nicht sterben. Ich will ein Tier ermorden. Nur als Zombie. Ähm. Der Ränder ist schon im Takt. Ich. Oh, wenn die Zombie vorne. Da geht es fiesisch ab. Klar, aber guck mal, selbst die Gatling Gun hat noch einen Grafik-Bug, nämlich, dass sie feuert. Da steht aber jemand. Da steht jemand. Das bin ich. Achso. Aber hier ist nichts. Ich bin schon gut. Landest du, oder? Ich versuche es, aber das ist hier, äh, Splitch-Tier. Ja, da muss ich vorruckschreiten. Der spackt ein bisschen rum, ne? Ja, das ist aber, aber das ist ein bisschen fachlich. Das soll der in der Rutschreiten jetzt sein. Ja, ist nichts. Wirst du da einsteigen? Oder wollen wir einen Moment warten? Ist dein Horn gleich her? Nee, nee, das ist vorruckschreiten. Achso, alles klar. Kannst du Gas geben, wer drin? Alle drin? Haben alle? Gut. Lassst du den Zelten hier fliegen, da ging's ab. Das ist die Datei nicht zu. Ja, ist klar. Jetzt habe ich einmal gutes Equipment. Ja, ist gut bei uns, ne? Pass auf, nicht, dass... Ja, aber so muss man das machen, alter. Ich habe gar nicht gecheckt, dass wir mit zwei Helis unterwegs sind. Der soll uns einfach in Ruhe lassen. Das ist genauso wie ein Affer, wie der andere, ey. Der... Garantiere ich dir. Wenn wir da wieder irgendwo stehen, crasht er irgendwie wieder rein, ey. Ja, der kommt jetzt direkt unten. Der kommt ganz schön nah, der Typ. Ich kann ihn aber auch nicht abschießen. Soll ich hier mal schießen? Am besten, Alter, mal schreiben, das ist auf die Piste, ey. Der kommt übrigens aus England, ich weiß nicht. Ja, ja, hat er eben schon geschrieben im Chat, hab ich gesehen. Kein Insel. Soll ich mal einfach machen, das ist cool, das ist ja. Ja, soll man sich doch Faktum machen, alter. Der ist echt fresh. Wo sind wir überhaupt? Starrisum. Ah ja, Starrisum. Ich versuche mal den Entblutensbank. Ja, der kommt jetzt nicht auf. Also nicht schnell genug. Ja. Oh, oh, oh. Dennis, du hast aber viel zu viel gefressen, Alter. Viel zu schwer. Ey, der schießt auf uns. Runterflug, runter. Nee, das ist kein, das ist Fleas. Ich hab ja mal gedacht, es wäre ein Raketen gewesen. Ich auch. Ich dachte auch, Kat, die kommt jetzt sofort auf uns zu. Der Mi hat kein Raketen. Also ist kein Militär, also ist zwar Militär-Hubschrauber, aber kein Kampf. Ich will es auch. Aber jetzt fliegt der uns heiß in der Erde, der Schlag. Ja, los, du lande mal am Reinhalle. Los. Ja, wollen wir? Nein, aber auch. Natürlich. Ja, außer dem ist nur noch ein einziger bei uns in der Gruppe des Dieten, ne? Soll es in den Schießupfdienst gehen. Aber auf den Luftkampf können wir uns auf jeden Fall nicht einlassen. Nee. Ja, zerstört uns. Ja, ich glaube, ab Juli hat man auch dieses Vondamentkummer werfen. Schmeißen Paponen, Rottes. Genau. Direkt auf die Windschutzscheibe, die da nicht messen. Das sind die Essensbomber, wie in der DDR. Ja, genau. Die Luftbrücke. Ja. Oh, den wirst du nicht. Rosinenbomber. Ja, Rosinenbomber. Ich kann nicht drauf. Ja. Der ist gleich wieder dran. Oh, der ist einfach schneller. Das ist nur, wenn sie verschwemmt. Ich lande einfach. Ich liegt da einfach, wobei ich vorfinde. Ja. Wenn er auch landet, dann reicht es mir. Ja, der landet auch. Sieht man so, dass die Luftschrauber nach links ziehen. Weil da haben wir noch ein geladenes Entgegen. Das ist nicht geschlossen. Ja, so ist super. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, so ist super. Okay, mal gut. Soll ich Granaten auch aufsammeln? Nein, aber wir wissen ja nicht, wie man die benutzt. Ja, nimm halt einfach alles mit. Boah, ein fettes Scharfschützengewehr hier hinten. Ah, kein Magazin? Hier hinten, ganz hinten im Zelt. Ich stehe voll auf. Scharfesetzgewehr. Ja, das hier. Stannack findet. Alter, ist hier viel Zeug zum Looten. Wo bist du? Oh, oh. Ganz hinten ins letzte Zelt. Wo acht Millionen Zombies dritte stehen. Viel Spaß. Danke. Schmeiß ne Granate rein. Der Zombie grad gestorben? Nee. Der legt sich einfach immer nur hin, der Pisser. Ja, schießen ist nicht so die gute Idee, oder? Ja, zieht sie mit zum Hubschrauber. Ich kann nur nicht schießen. Na ja, wisch ich einfach neu. Nee, ist alles gut. Ich glaube zwei. Lass uns doch einfach alle Zombies zum Hubschrauber locken und dann in der Safe Zone abklappen. Bist du, lass die alle carry'n und dann den Hubschrauber, dann kicken wir die. Ja, ja. Das ist die Handelsüblich-Taktik. Guck, guck, Mäuschen. Ich hab dich ganz doll lieb. Und nochmal. Wir müssen anlocken hier. Ja, da kommt vorne noch einer. Ja, warte. Hallo Peter. Öhö. Okay. Jetzt looten wir die Zeit. Fehlt noch zwei. Warte. Ja, warte, die kann ich von hier auch abstimmen. Ja, es sind noch mehr. Es sind noch mehr. Ja, ich bin hier am LNG. Alter, da hinten ist tot. Alles klar. Ah, da kommt noch ein anderer. Das ist der Typ hier. Oh, ich komm hier nicht vorbei. Alter, ich flücke. Vollkommelie. Du blutest? Ja. Ja, ich verbinde mich selber. Also wenn jetzt jemand ein M4 mit einem Visier haben will, das liegt hier. Ich hab eins. Das hat auch nur einen roten Punkt. Ach nee, dann taugt doch. Also ganz hinten nicht ein richtiges Scharptückchen. Ah, ich bin tot. Nee, das ist kein Scharptückchen. Das ist, äh... Ey. Was? Ich bin tot, aber meine Uhr läuft ab. Nee, du bist bewusstlos, nicht tot. Warte, da kann ich dir helfen. Ja, ihr müsst mich auf jeden Fall verbinden, ich verliere Blut. Was ist passiert? Ja, dieser scheiß Zombie hat mich umgenockt. Nach keiner Transklusion? Ja, verbinde mich mal irgendwo. Ja, ihr seid ein Supermann. Ich liebe euch. Wieder ready sein? Ich hab wieder keine Munition, ich muss erst mal ein Gewehr gegen. Ja, okay. Oh, optimal, Alter. Stell dir einfach erst mal einen Hubschrauber rein, nimm dir einfach hier einen anderen, dass man hier noch eins hinbekommt. Ja, ich hab hier noch, äh... Ich hab einen Bug. Ja, guck mal, das ist ja... Mein D-Bug ist nicht die ganze Zeit. Ich muss mal gerade raus aus dem Game. Ich muss mal gerade raus aus dem Game. Ich muss mal gerade raus aus dem Game. Ja, ich muss mal gerade raus... Vielen Dank.